227 Tage nach dem Finale von Lissabon stehen sich der FCB und PSG wieder gegenüber. Die kommt auch gefährlich, Lattentreffer von Choupo-Moting. Riesenchance für die Bayern, früh in dieser Partie sehr offensiv angehen. Und wollen zeigen, wer der Herr im Haus ist. Aber das ist Neymar. Neymar für Mbappé, der ist drin! 1 zu 0 für PSG. Was ist das für eine Anfangsphase hier? Kylian Mbappé, siebtes Tor in dieser Champions League Saison und ein früher Schock für die Bayern.